So, dann sind wir ja auch gleich wieder und... was stimmt ja nicht? Wieso war hier keine Fackel? Ähm... Aber da oben musste ich lang. Stimmt. Da hatte ich ja noch... zwei... äh weiter... die Höhle... Ja. Und jetzt... Oh, hier war Eisen. Das nehmen wir gleich mit. Das lässt sich doch nicht liegen. Jetzt könnte ich noch mal einen Dungeon geben. Ich liebe Dungeons. Ach, wir gehen erst mal rum. Hm, auch wenn mir das ein bisschen Sorgen bereitet. Aber hier ist ja nicht viel. Ah... Kann ich den einfach... eigentlich mit genau der Spitzacke abarbeiten? Oh, dann gibt's doch... Cool. Dann gibt's doch Moos bewachsene Steine dann. Wenn's abbaut. Könnte man für irgendwas nutzen. Später. Äh... Hier geht anscheinend Wasser, Wasser, Wasser lang. Ah... Da gehen wir doch nicht lang. Gehen wir erst mal den Weg. Hm... Hier ist aber auch nichts. Pff... Also gehen wir den Wasserweg. Ah, nein! Eisen! Das hätte ich übersehen. Jetzt haben wir schon mal wenig genug Eisen für 16 weitere Schienen. Ich glaub, wir haben das Ende der Mülle entdeckt. Ich glaub's nicht. Hab ich einmal mitgenommen? Nein. Natürlich. Dann arbeiten wir mal die Kohle hier ab. Okay. 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 Oh wenn ich eh zu viel hab davon. Also mein nächstes Projekt... äh... Also anbauen wird ein Haus sein. Diesen Vorschlag hab ich von... Eich bekommen... Ja... Ein Guildenmember aus... Flyverfalle. Jah. Hm, kann ich da überhaupt dran? Bin ich auch egal, das eine ist schon cool. Aber ich nehme jetzt noch ein paar von denen hier mit. Ich finde die coolen Steine. So, mehr kann ich nicht mitnehmen. Hm, das Verklang war komisch. Verdächtig. Hm. Ach, hier haben wir noch... Ach so, keine Spielzeugung mehr stand. Dann gucken wir mal, ob es Tag ist. Hm, hm, hm. Ich muss einen Weg finden, wo ich gut nach... Ich werde sagen, ich gehe hier, dann weiter nach unten. Natürlich wird das noch ein bisschen ausgebessert. Zombie. Skelett. Hm. Keine Ahnung, wo die Spons sind, ist mir jetzt auch... ...cheat egal. So, ich würde sagen, zwei, drei Parts heute mit Minecraft. Und dann werdet ihr sehen, dass ich... ...ein... ...lettsplay unterwegs im düsteren Part wahrscheinlich noch hochgeladen habe. Ja. Könnt ihr euch ja mal angucken, falls es euch interessiert. Weil ich finde, äh... ...RPG-Maker... ...Games... ...davon gibt's nicht so viele gute und... ...unterwegs in Düsterburg gehört zu den guten. Ja. So. Das Einschmelzen... ...woah... ...und diesen Moos-Stein... ...und dann ist es immer noch nicht Tag. Ähm... ...und das wollte ich mit dem Moos-Stein... äh... ...einlagern. So. So. Hä? Hups... ...einschützen. So. Jetzt brauchen wir hier eine Auffang-Plattform. Beziehungsweise eine Sicherheits-Plattform. So, dass ich nur... ...da durchkomme, wo ich... ...durch will. Also. Hm. Hm, wie mache ich das? Ich brauche einfach mal... ...Gla... ...ah, das Glas kann weg. Egal. Ich habe hier genug Kohle. Ähm... ...wenn sich das hier... ...dass ich das jetzt als Verschwendung ansehe. So. Jetzt kann ich hier... ...nehm ich noch hier runter. Und hier kann ich die... ...Loren-Strecke nehmen. So. Was wollten wir jetzt machen? Ach, anfangen ein Haus zu bauen, wenn es Tag wäre. So. Hm. Hm. Einen davon. Ach, angeln wollten. Könnten wir ja auch dann noch... ...probieren, wie das funktioniert. Und ob über... ...ob das funktioniert. Na ja. Wenn es noch nicht Tag ist, dann bauen wir eben noch ein paar Schienen. Hm 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 hm. Ach, ein paar Steine muss ich dann eben ohne Spitz wegmachen. Ich hoffe das dauert nicht allzu lang. Okay, ist dort. Allzu lang. Egal. Da muss ich jetzt durch. Echter nach oben klettern für dieses bisschen. Obwohl, das ist ja gar ein bisschen. Das ist richtig... Ach, machen wir so. So, so, so. So. Na, die Steine sind zwar weg, aber... ...da findet man ja eh genug von. Also... ...was soll es mich stören. So, und den einen dann noch. So. So. Ah, einen haben wir ja hier noch. Stimmt. So. Und da geht es dann auch noch weiter. Okay. So. 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 Da ist mal eine schöne Strecke gebaut. Bis jetzt. Hm 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 hm. Dann müssen wir nicht den ganzen Weg immer laufen, wenn... ...die Strecke fertig ist. Und da unten noch ein Booster ist, damit ich wieder zurückkomme. Nach hier. Womit der... ...der Booster mich dann nach ganz oben befördert und... ...so weiter. Hm 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 hm. Hm 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 hm. Es ist immer noch Nacht. Ey, ich will gerne, dass jetzt Tag wird. Ich guck mal, wie der Mond steht. Hm 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 hm. Und dann war es das auf jeden Fall mit dem Part bald wieder. Bald. Ja, bald sind noch so 3-4 Minuten. Ähm, der Mond steht. Wo steht er denn? Du, am höchsten. Oh Gott. Das kann ja noch dauern. Hm. Mal gucken, wie viel Eisen ich noch habe. Ja, das ist echt nervig. Aber, auch keine Spielzeuge mehr, aber... Wir bauen uns mal 2. Wenn wir den Steiner nicht reingepackt hätten. Das haben wir hier noch drin nix. Hm. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Äh, ja. Zu wenig Stäbe für 2 mitgenommen. Noll. Hm. 1, 1, 1. 1, 1. Wie viel Eisen haben wir noch? Oh. Ach, wir brauchen uns eh für nix anderes außer... Eisenspitzhacken. Und... Ja, ich hab meinen Wettstone. Gut. Kann ich keinen Kompass bauen. Und ich hab schon wieder einen... Holzstab vergessen. Meine Güte. Weil mit Wettstone kann man einen Kompass machen, der zu einem... der einen zum... Spawn Point... bringt. Ui. Ich sag den Anteig, den Spawn Point... von einem. Hm. 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 Danke. Ähm... Das ändere ich hier noch ein bisschen. Und den Stein reiße ich auch ab. Hier nehme ich einen kleinen Booster rein. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ich habe eine Höhle gefunden. So. Ah, da hat man... Gehört. Und das bedeutet, dass da ein Stein in Lava gefallen ist. Ja, ist es hier sicher? Ja, da mache ich... Ich hab ja Leitern dabei. Sahneleiter, Sahneleiter hin. Wow. Wow. Hm. Ist das verrückt, was ich hier mache. Und da geht die Höhle weiter. Hm. 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 Okay, hier ist nichts besonderes. Hier können wir aber später weiter erforschen. Jetzt nur aufpassen, dass ich nicht in die Lava falle, dann ist alles weg, was ich habe. Oh. Dammit, ey. Das ist doch alles Wahnsinn hier. Hm. Hm, 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 hm. Ja, stimmt schon. So, wie ich das machen wollte. Ist nur ein Mini-Booster. Aber ich hoffe, dass er funktioniert. Hm, hm. Obwohl. Brauche ich hier überhaupt einen Booster? Also... Machen wir diese kurze Fahrt nach unten. Hm, hm, hm. Oh. Ich muss mal kurz cutten, weil die Zeit schon um ist. Bis gleich.